Du magst jetzt gleich 20 Minuten ganz tief abtauchen, um deine inneren Akkus intensiv aufzuladen? Wunderbar! Guten Tag, mein Name ist Matthias Schwimm und ich bin Selbstbewusstseins-Trainer. Du kannst jetzt gleich in einen tiefen hypnotischen Schlaf abtauchen, um neuen Schwung, neue Motivation und neue Energie zu holen. Dieser Schlaf wird auch als Powerschlaf bezeichnet und wenn du ein kleines Experiment für dich machen magst, dann check einfach mal aus, was mit dir passiert, wenn du ungefähr 14 Tage lang täglich für diese 20 Minuten diesen Powerschlaf durchführst. So, genug der Theorie, ab geht's in deinen Powerschlaf. Du hast jetzt 20 Minuten für dich Zeit. Wunderbar! Lass einfach für diese 20 Minuten alles los. Du weißt, dass du mit aufgeladenen Akkus wieder leistungsfähiger sein wirst. Lass einfach los. Gedanken, die dich beschäftigen, kannst du beispielsweise mit einem magischen Stift auf eine schöne Wolke schreiben und ziehen lassen. Sollte dich etwas festhalten oder belasten, kannst du dir vorstellen, dass du für wenige Minuten sozusagen unsichtbar und unberührbar für alles andere sein wirst. Was dich festhält, greift damit ins Leere. Was auf deinen Schultern lastet, fällt zu Boden. Automatisch, ganz, von alleine, einfach loslassen. Deinen Körper atmen lassen. Ja, einfach wunderbar. Wunderbar einfach. Lass auch deine Ohren ruhen. Deine Augen, dein Gehör ruhen. Deine Augen dürfen sich entspannen. Deine Augen deckel. Alle Muskeln in deinem Gesicht. Alles darf sich entspannen. Loslassen. Jeder Muskel, den du gerade nicht brauchst, darf sich vollständig entspannen. So können sich deine Akkus gut laden. Einfach. Deinen Körper atmen lassen. Neue Kraft tanken lassen. Alles loslassen. Alles loslassen. Alles loslassen. Jetzt. Ganz in dir ruhen. Ganz in dir ruhen. in vollkommener Sicherheit. Dich ganz geborgen fühlen. Getragen von dem, was alle trägt. Wie herrlich dieses Loslassen. Dieses entspannen. Einfach so sein. Einfach so sein. Mit einem Strahlen im Gesicht oder einem inneren Lächeln. Du gehörst dir. Ganz gleich. Ganz gleich. Du gehörst dir. Dein Körper gehört dir. Du darfst ganz und gar in deinem Körper ruhen, ausruhen, ganz bei dir sein. Ob du meine Stimme hörst, oder deinen Gedanken folgst, oder ganz woanders bist, alles gleich. Herrliche Entspannung. Einfach sein. Du bist Ruhe. Gelassenheit. Du bist Ruhe. Du bist Ruhe. Gelassenheit. In einer Oase der Entspannung, Erfrischung, vielleicht sogar ein wenig wie neu geboren. Einfach ziehen lassen, alles ziehen lassen. Du schaust der Karawane nach, die gelassen ihren Weg geht, entspannt. Wie im Traum oder ist es jetzt? Eine Fata Morgana, eine Luftspiegelung, ganz gleich. Entspannung pur, wie ein Mini-Wellnessurlaub. Am sichersten Ort auf der ganzen Welt, in deinem Körper, kannst du ruhen. Kannst du dich ausruhen, kannst du dich sicher fühlen. Können sich deine Zellen ganz von alleine mit frischer Energie versorgen. Musik 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 Und deine Akkus aufladen. Musik Entspannung Tanken Alles andere ziehen lassen. Gelassen Gelassen Einfach gehen lassen. Ziehen lassen. Los lassen. Tanken 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 Tän Tanken Tanken Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020